Wir stehen hier ganz wundervoll, direkt an der Ostsee in Lettland. Und wir sind jetzt schon ein paar Tage da und jetzt wollen wir unsere Karte auch bunt machen. Genau, dort im Bereich. Ganz genau. Das sieht sehr schön aus. Das ist cool, oder? Ja. Ich habe gelesen, dass dieses Rot besonders dunkel ist, weil es an das Blut erinnern soll, was die Letten vergossen haben im Kampf um ihre Heimat. So schön, passt jetzt wunderbar daher. Hey, jetzt haben wir es schon wieder ein Stückchen bunter gemacht. Es wird richtig cool. Schau, wie hoch wir wirklich schon sind. Jetzt sind wir eigentlich schon hier. Magst du noch was sagen? Ja, es ist immer schön, wie alles bunt wird, wenn man ein Land nach dem anderen bereist. Ich habe gemerkt. Untertitelung des ZDF, 2020